Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal nicht auf dem Gommelserver wie ihr schon seht, sondern auf dem Zytuxin-Server. Zytuxin? Zitronen-Server heißt er bei mir einfach nur, das ist ein bisschen leichter zu merken. Ich träum deine Grammatik. Also es gibt ein vielfaches Special, wir spielen auf einem anderen Server und ich bin mal wieder dabei. Ah ja, stimmt. Und das krasseste ist, wir können keine Freunde werden, Tobi. Ich glaube, der Server hat was dagegen. Tobi und ich, wir können einfach nicht befreundet sein auf diesem Server. Hey, wo ist denn hier der Eisenspot? Der ist da hinten. Ey, die Map wurde schon wieder... Ah nee, nee, das ist ja jetzt... Ach nee, ich verwende. Nein, haben wir nicht, alles gut. Alles gut, mein Freund. Alter, hat schon jemand Blöcke? Ich habe erst neun Materialien. Ja, ich habe 24. Wie viel, wie toll sind die Blöcke? 20, 20. Ach, das ist ja locker, Alter. Die bezahle ich ja, die bezahle ich ja mit, äh, mit Taschenkirchen. Weiße, wir nehmen seit irgendwie Ewigkeiten mal wieder auf Minecraft und direkt kommt Tobi, du bist nur Video, unser Kanal heißt so und so. Das habe ich noch gar nicht geschrieben. Ach, hat er wieder geschrieben? Fragezeichen, das verstehe ich nicht. Schreib mal du bisschen Fernsehen, schreib mal du bisschen Fernsehen. Auf RTL. Für SternTV. Nee, auf RTL. Ja, ist doch auf RTL, oder? Dann geh mal. Wir müssen uns ganz schön das Gold holen. Ja, ja, hol mal schon. Wenn man stirbt, verliert man seine Materialien. Nur einen Teil, aber einen großen Teil. Also besser. Ja, das meiste. Ja. Oh nein. Hilfe, Hilfe Leute, die kommen. Ihr müsst hier runterboxen. So uns? Ja, ich habe richtig viel Gold, äh, Materialien. Ich darf nicht sterben. Ja, Alter. Hinter dir, Torben, hinter dir. Flo. Nice. Okay, ich hol mir jetzt einen Bogen. Alter war der schlecht. Ich hol mir jetzt einen Bogen. Ähm, ich, 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 ich warte, ne, ich warte noch, ich warte noch. Wenn ihr 40 Materialien habt, dann gib mir, äh, Kaufklose Gutschen und gib mir den, weil dann kann ich dir direkt den besten. Na, geht nur ab 50 noch. Ja, 50 sag ich auch nicht, nein. Was denn? Ne, ich brauche hier noch für einen Pfeil einfach 50. Ja, weil ich, ich finde, ich bin tot. Ich brauche 50 Materialien, schnell, dann kann ich einen Bogen. Ach so, du warst in der Mitte. Ja, ich, ich dachte, du wärst der Typ in der Mitte gewesen. Ja, Torben, ich brauche noch 25 Materialien. Ja, ich, ich. Ja, ich, ich. Ja, ich, ich. Ja, dann gib mir 50. Ja, in der Mitte liegen noch zwei Eisen. Ja, in der Mitte liegen noch zwei Eisen. Ich liegen da noch zwei Eisen. Wie macht man denn gut, Scharna? Pass auf, pass auf. Ähm, auf dieser Blume. Auf dieser Blume. Auf dieser Blume. In der Blume? Da ist so eine Blume. Egal. Also, wir haben seit Ewigkeiten nicht überhaupt Minecraft gespielt. Ich gehe jetzt mit einem blauen zu grün. Deswegen kann es sein, dass ich eigentlich richtig wenig gebacken kriege. Ich habe gerade geguckt, Porkchop zählt das als gebacken? Ne, das ist gebraten. Ja. Also, eigentlich ist es ja gekocht. Aber, gekochtes Fleisch hört sich irgendwie schon sehr unlustig an. Deswegen sagen wir mal gebraten. Ich weiß nicht, ob ich den gerade runtergeboxt habe. Ich gehe immer schwer von Nein aus. Nein habe ich nicht. Das war klar. Oh, fuck. Der kommt von der anderen Seite. Mist. Hä, lebst du noch? Ne, ich bin tot. Ich war bei grün hinter dem Haus, aber die haben mich bemerkt. Oh, oh. Torben, ich will nicht down gehen. Ja, Leute, ich könnte jetzt in die Mitte gehen, ne? Ja, dann hilf mir mal, Tobi, ganz schnell, bitte. Oh, jo. Oh, my way, bitch. Weil ich wollte nur noch... Oh, ich brauche mir Essen erstmal. Ja, Alter, ich wollte jetzt eigentlich in die Mitte gehen. Ja, warte. Ja, ich habe ja nichts. Ich möchte mir nur ein paar Materialien holen, da. Damit ich mir einen Bogen kaufen kann. Äh, kauft ihr erstmal Rüstung? Ne, erstmal Bogen. Ja. Ey, ich hasse... Flo von Tobi, von hinten hin 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 und von... Renn weg, Renn weg. Oh. Oh, ne, der Jojo ist bei uns okay. Boah, Gott. Nice. Wir kriegen... Wir kriegen einfach gar nichts mehr gebacken, ey. Das ist so lustig. Sehr amüsant. Ich hasse einfach diese Typen, die sich im... Oh, nein. Ich bin so inkompetent. Das war es auch von mir. Okay, pass auf. Ich geh jetzt in die Mitte. Jetzt reicht's mir, weißt du? Jetzt machen wir wieder ganz altmodisch hier. Weil ich noch... Ich hab einen Gutschein. Nee, ich kann ich den Gutschein dann hinstellen. Äh, stellen in die Kiste. Ich mach jetzt... Warum hab ich so viele Materialien? Wo krieg ich den denn unter sonstiges? Ja. 75 Materialien. Ich brauch noch 10 Materialien. Ey, ich... Ich halte die Mitte gerade, ne? Er hat okay geschrieben. Hallo Jojo, wenn du dieses Video siehst. Hallo Jojo, wenn du dieses Video siehst. Hast du noch nicht den Kanalnamen geschrieben? Der Tobi ist richtig amsinnig. Der macht das, äh, bei jedem Typen, also fühl dich ja nicht bevorteiligt. Hahaha. Nein. Das ist typisch Tobi. Das... Das kennt man von ihm. Ey, schreib mal dem Jojo, dass der sich Rüstung kaufen soll, wenn der es schon mal einen Bogen macht. Werde ich nicht tun. Ich hasse diese Leute. Autsch. Nice. Jojo, du bist... Gehasst von Flo. Ja. Guck dir ja nicht unser Video. Verpies dich. Nein, das war ein lustiger... Ein lustiger... Oh, das war mein Handy-Witz. Das hat man leicht gehört. Das habe ich ge... Oh! Oh! Bitte was! Nein, Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, der Grüner. Weißt du, jetzt habe ich... Wie viel Leben hat der noch? Ja, der hat noch viel. Der hatte keine Rüstung. Aber der hat mich irgendwie weggekommen und das wäre der dickste Hacker. Arschloch. Oder wir haben zu lange nicht mehr gespielt. Das kann natürlich auch sein. Also ich finde, das klingt unlochisch. Nee, das ist absolut nicht wahr. Das ist ein Hacker. Mir fällt jetzt erst auf, dass das Pilze sein sollen, die ganzen Hütten. Und... Oh Gott, Torben. Gut, dass man da hinten noch... Nein! ...den Rest von der Map sieht. Alter. Gut, dass der Mapbauer auch keine Flat-Map gewählt hat, sondern erstmal eine Map mit schön gebirge, damit er auch mehr Blöcke mit Hortyget wegmachen kann. Na klar. Mhm, das ist sehr sinnvoll. Ähm, würde ich an seiner Stelle auch tun. So. Nun verklick ich mich wieder. Ach, komm. Ich krieg in Minecraft eh nichts hin gerade. Ey Leute, wollt ihr mal in die Mitte? Na, warum? Ah, just for fun. Party. Ein bisschen. Hey, wir sind doch schon in einer Party, Flo. Ah! 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 Ja, ich werde hier von zwei Seiten schauen, die wollen dich doch mit dem Arsch. Ne, wollen die nicht, du. Dann machen die manchmal. Alter, Gold gibt gerade mal 20 Materialien. Na, gerade mal, ne? 20 mal so viel wie so ein Eisen-Branze. Ist ja nur doppelt so viel wie Eisen. Das ist so langweilig. Langweilig. Ach so, der hat nen Bogen. Das wusste ich natürlich nicht. Alles gut. Bin trotzdem in der Mitte. Hä, ich hab 88 Materialien. Äh, es liegt ne Chestplate da drin, ne? Aua. Ja. Klar. Gut, steh ich jetzt in der Mitte, kann hier nichts machen. Fuck, ich hab immer nur noch... Weil ich nicht mehr zurückkommen hab. Einz-Schort. 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 Kann man mal die hessischen Blöcke. Flo, kannst du mir gleich noch Bringels vorbeibringen. Wie bitte? Ihr seid richtig verfressene Schweine, ohne Witz selbst in der Aufnahme. Ja, ich war in den Tobi. Tobi, sag nochmal was. Ja, richtig. Der hat gesagt, sie kannst du mir Brings vorbeibringen. Doch. Meine Güte. Autsch. Kein Wunder warum Flo so fett, das hättet ihr den mal in real life gesehen, ne? Ohne Witz. Ohne Witz ey. Der wie ich locker. Der wie ich locker. Deswegen mach ich auch ohne Facebook Cram, weil ich würde da gar nicht drauf passen. Locker wie ich der 90 Kilo oder so. Der sagt das halt nicht. Alter, komm schon. Ich muss weg. Der ist 13 oder so und wie ich 90 Kilo. Ne, wie alt bist du nochmal Flo? Sorry. Flo ist 17. Ach ja, stimmt. Hört man an seiner männlich ausgeprägten Stimme. An seinen Aua? An meinen Aua, genau. Ach, das bist du. Das lustige ist, ich bin ältere als Torben. Das ist lustig. Wirklich sehr witzig. Kann ich jetzt gerade echt drüber lachen? Ah, 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 ah. Ey, Torben, kannst du mir einen Rutschein ausstellen? Kann ich nicht tun, weil ich mir jetzt einen Bogen gehe. Kaufen. Ah, geschafft. Oh, Alter. Bin gestorben, weil ich meine Flasche zu machen musste. Ach Gott, bist du. Deswegen trinkt man in einer Aufnahme auch nicht. Ach, ich mach's schon. Aber dabei stehe ich nicht unbedingt. Ja, gut. Ich trinke auch schon in einer Aufnahme, aber nicht zwei Stunden lang, weißt du? Habe ich auch nicht. Aber ich konnte die Flasche ja nicht so offen stehen lassen. Ach, ich hab ja keinen Pfeil. Das vergaß dich. Dann ja auch nicht auf dem Weg, ich dann vergaß. Nee, nee, nee. Ist das eigentlich im Trend, die ganze Zeit Leitern ins Bett zu bauen? Da hab ich jetzt zum ersten Mal irgendwie weh gemacht. Leute, ich will nichts sagen. Alter. Irgendwie bringt das nichts. Hallo. Wir müssen mich safen. Nö, die kann man mit der Hand riechen. Huuu. Ach, das kann... Nein. Ich hab mir gerade den besten Bogen gekauft. Das ist doch echt witzlos, ey. Da fliegt man ja über den Gänz. Oh, ist das. Guck mal, ich hab ne Fernsehn. Ey, du hast 450 Materialien ausgegeben. Ja, sicher. So, und jetzt hab ich... Ey, Torben. Ja, ich kenn das doch. Hui. Wow. Ja, was hast du getan? Macht dir die schade? Nein, macht die nicht. Die macht nicht schade. Nen Fernsehn, da ist schon lustig. Richtig lustig. Mach mal so nen Sicherheitsblock an unser Bett. Mach mal so nen Sicher... Ach, jetzt halt mal die Fresse. Mach mal so nen Sicherheitsblock. Ja, damit man bemerkt, wenn jemand in unser Bett kommt. Abbaut. Gut, dass sie sich zur Bombe wollen und wir einfach gar nichts gecheckt haben. Hä? Wer? Wer? Wer wohl? Äh, du weißt welches Team wir sind. Zu uns baut sich keiner. Doch, tun sie wohl. Sie sind auf der Bombe. Die belagern uns hier. Aber mehr nicht. Oh, sie sind so... Lassen wir die Freiheit. Schießen. Alter, ich hab noch keinen Fall von denen abbekommen. Ich schon. Oh Gott, das bist du. Oh ja, ich war Uni-Creeps. Ich baue mich mal zur gelben Bombe, ne? Ja. Ja, das ist echt Bombe. Hahaha. Lol, ich hab immer noch nen Fernsepper. Hahaha. Das war lustig. Oh Mann, Alter. Das war so lustig. Der grüner, ne? Hat irgendwann einen Bogen. Das kauft mehr. Hm. Schlechtester Bogen. Bester Pfeil. Boah, ich hab mir immer nur den zweitbesten Pfeil gekauft, ey. Tja. Willst du Stress? Alter, ich hab ihn getroffen, Junge. Ich sag nichts. Ich sag nichts auch nur meinen Anleid. Nochmal getroffen. Bogen Skeller Tobi schlägt wieder zu. Tut er nicht. Der ist nämlich nicht anwesend. Ne, ich muss jetzt wieder Minecraft üben. Ich kenn das Spiel schon gar nicht mehr. Witz muss man hier machen. Oh, ich wollte sagen, bei mir leckst. Das Geräusch kommt nicht und in mir ist Sorgen und damit das vor mir ein. Nice, ich hab alles gekriegt. Oh, ich bin so gut für tot, ich bin so gut für tot, ich bin so gut für tot, ich bin so gut für tot. Ich bin so gut für tot, ich bin so gut für tot. Ich, ich verpiss mich. Du willst da. Ich will 361 Materialien. Ich will 492 Materialien bitte selten. Wieso hast du so viel? Weil ich gut bin. Hallo? Ich hab mal eben den grünen Bogen getötet. Ich hab den YouTuber Bonus. Alter, der kostet 450, der Beste. Richtig, und das hab ich gerade mir gekauft. Ein bisschen gegönnt, du. WTF? WTF? Da muss ich ja noch sparen. Ja, du bist halt nicht so YouTube Money Rich wie wir. Noch 50 Blöcke. Nein, das bin ich. Ich muss jetzt schießen. Da haben wir jetzt 50 Materialien an der Brunze. Viel Spaß. Wird eigentlich relativ schnell. Dauert eigentlich relativ lange, ne? Ich brauche jetzt nur noch 10. Alter, diese Ruhe, ey. Die hab ich gerade schon einmal getötet. Und? Und? Bam. Alter, ich krieg nichts mehr hin, ey. Ich hab ihm noch keinen Treffer gegeben. Nein, jetzt wurde er vor mir getötet, ey. Das ist ja echt nicht lustig. Über sowas kann ich echt nicht lachen. Geil, 43. Da verstehe ich dann auch einfach keinen Spaß mehr, wenn das passiert. Oh, aber der schießt gut. Kann nicht mehr bauen. Nein. Der an der Bombe doch der. Nein, der schießt gar nicht. Der hätte mich zweimal direkt daneben. Guck da, da hat er dich getroffen. Wow. Ja, der kommt dir immer in die Nähe. Schieß eine Milliarde mal besser, Junge, ey. Ja. Er hat jetzt schon jemand diesen komischen Sicherheitsblock geplantet? Nein. Nein. Leck. Ich mach hier mal. Alter! Ich treffe ihn aber auch gerade nicht. Geh nicht in die Mitte, da ist einer, ne? Hm. Wir können das bloß sein. Aua! Ach, du bist in der Mitte, Torben. Nein, bin ich nicht. Oh, lol, Alter, ich bin fast tot. Ja, ich auch. Und ich hab wieder 427 Materialien dabei. Ja, alter, leg die doch mal an. Hier in Blumen. Nee, ich werd die jetzt in Rüstung anlegen. Das ist ne bessere Investition. Oh, ich hab... Oh mein Gott, ich hab einen runtergeschossen. Mein erster Kill. E-S-Get-Wrapped. Noobs, 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 Hacks, 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 Hacks... Hacks, 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 Hacks. Tatsächlich nicht... Erinn, weg! Töten! ich hatte davor noch nicht mal einen Bogen wieder locker easy weggerackt nun habe ich 700 Materialien, dies reicht mir erst noch ich habe 297, kann man sich davon kaufen ein schönes neues Haus in Amsterdam auch freut mich nicht wie ich jetzt auf Amsterdam gekommen bin ja wollte ich auch gerade schauen also manche Leute die nun habe ich gerade ein bisschen Materialien verschwendet, wer braucht die beste chestplash ich habe eine ich habe sie in die Kiste gelegt ich werde hier von überall beschossen jetzt brauche ich nur noch 100, Tom kannst du mir einen Gutschein über 100 Materialien machen? ich habe selbst nichts mehr, ich habe doch gerade wie gesagt verschwendet wofür denn? ja für eine doppelte chestplash, ich wollte mir eigentlich nur die Lederrüstung kaufen und dann habe ich auch zu den Zeilen auf die chestplash gepflegt war klug, habe ich bereits getan, mein Lieber die, ne die habe ich ich hatte sie aber... lass mir mal das Gold bitte ich brauche nur noch... ich brauche nur noch... ich brauche nur noch 150 äh 100 ich weiß gar nicht wofür ich, das brauche ich, sammeln es einfach ja wuiuiuiui doch da lege ich mal zu Hause bitte einen Gutschein hin ok Moment ey, lass mir noch ein Gold, dann hätte ich nur 3... 3... ah egal ich nehme einfach hier noch 1, dann kann ich 3 einhunderter Gutscheine machen kriegt man für ein Kiste auch Geld? ne, das wäre nochmal cool also ich kann jetzt nochmal einen 50er Gutschein machen wenn man zu Toxin ist, dass die Runden so lange dauern oder je nachdem hier, dass man sich so leicht vercampen kann, ist das Tobi hier ähm... so, ich hole mir jetzt den besten Bogen, ne? hier Tobi ja Tobi? danke jör velkum kann man die Blumen wegschmeißen? ja yes we can oh nice ja ich hab schon jetzt allerbeste Ausrüstung der Welt ich hab schon die allerbeste Ausrüstung der Welt ich hab schon die allerbeste Ausrüstung der Welt wie viele Kohle ausse ich auch ne doch das Schwert hab ich auch nein ne die Spitze kann das nicht mehr sein hab ich auch schon ja mach ich jetzt eben oh mein Gott was ein Skillshare Tom is back on this... äh... stitter oh mein Gott Tom is back on start, alter oh mein Gott is... er wrecked die... er wrecked sie alle er wrecked sie alle er wrecked sie alle er wrecked sie alle er wrecked get... wrecked alter wie einfach zwei Bögen in der Kiste liegen get... wrecked get... wrecked wir schießen uns etwa drei Teams in der Mitte ab aua äh... ist das aber auch gut gelöst dass man nicht so viele Sachen im Inventar dann hat aber ich finde das ein bisschen doof gelöst weil man hier die ganze Zeit also das Bezahlungssystem ist geht so finde ich weil man kann hier so leicht in der in der... äh... einfach sich in der Base verkennen das ist der... das ist der größte Nachteil weil jeder kann sich locker diesen Bogen holen und wenn man dann zwei Stunden wahl dann kann man sich auch den Besten holen leider... ich bin fast tot ich auch ja ich hab nur noch zweieinhalb und ich hab die allerbeste Ausrüstung ich hab auch 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 die allerbeste und ich hab auch 435 Materialien die hier euch wird ein Verloten in einem Gutschein anlegen werde ja stimmt in drei anlegen und in die Kiste in drei Gutschein in drei Gutschein what the fuck bin ich weit geflogen und du bist da ne bin ich nicht nice what the fuck what the fuck ja wir haben mal eben über 600 in der Base ja wir müssen uns gleich mal Tränke kaufen und zwei Teams gleichzeitig wir müssen einfach mal Enderperlen machen Gibt es die? ja glaub die gibt's nicht mit Sicherheit gibt's Enderperlen ohne Enderperlen ist Badwoss nicht Badwoss ohne Enderperlen ist Badwoss Badwoss ohne Enderperlen und so muss es so machen werden das würde eine komplette Taktik von welchen zu stören boah ja ich hab einen getötet oh mein Gott this is crazy my friend also ich guck jetzt mal nach Enderperlen man kann die sich übrigens auch einen mobilen Bildscher holen ne das heißt das heißt hast du gemacht? ne hab ich nicht das heißt dass man auch in der Mitte einkaufen kann zum Beispiel ja ist schon klar weiß ich bei dir nämlich manchmal nicht Enderperle geht 400 Materialien ist ja nichts nö nö ist ist nichts ja ok aufkomme kostet ja auch 13 Gold ne das ist richtig aber hier kostet die mehr wenn du jetzt mal 13 wenn du jetzt mal 13 mal 20 das kostet nicht mehr alright 13 mal 20 klar ähm ja gut Tom super ge... hä? TNT? der rennt uns der rennt uns lol das sagt halt kein Feind ich dachte das wär unser Teammate oh das war ja kein das war ja kein Maid meinst du sondern ein böser Junge ein Feind nämlich oh ich dachte das wär der Jojo oder irgendwas da Jojo 2850 so aber der wär eh nicht durch unser super zugebautes Bett gekommen super zugebautes mit Leitern ja ne 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 da nimm die Gutscheine ähm ich finde wir sollten erstmal ein Bett jetzt kaputt machen was ich willst du alleine das versuche will will ich versuchen tatsächlich oder oder Tritt mit Stärketrank locker ja wie viel kostet die Stärke 500 ne ja soll ich es tun mach ok solange du nicht dabei drauf gehst 1 2 3 dann sollte es gerade reichen ich meine wir halten eh die Mitte nice so Stärke train mir ist aufgefallen wie schlecht ich im Bogenschießen geworden bin mir ist aufgefallen wie schlecht ich in allem bin Tobi in Minecraft ja das stimmt so welches Team ist denn gerade am meisten geschwächt Grün Grün hat gerade Bogenfett verloren ähm kann ich den Grün auch ohne Stärke tragen ja oder ja locker Alter die haben nichts ok ja ich renne jetzt erstmal so ach ne ich hab Angst vor Blau ne verbraucht noch nichts verbraucht noch nichts ok schnapp den weg Tauben wenn er kommt er rennt vor ich hab ihn weghauen alter Gelben sind auch doof da stehen zwei Leute ohne Bogen einen hab ich gekillt äh mit Bogen oder so das war es jetzt verabschiedet euch von eurem wunderschönen Leben meine Damen und Herren holst du der das oder soll ich noch kommen ja sicher wohl nicht mehr das ist gar kein Problem das ist gar kein Problem hat mal hier für einen oh nice ist ja mit der Westen schwitze ja na boah nervt das nice wir haben es so ich hab mal über 500 Materialien ne das Team ist auch so wichtig ja ich auch hoch hab ich gar nicht bemerkt ouch ich hab mir jetzt auch mal stärke trank Alter wir haben noch so viel Flo ja ich weiß ich hab hier auch noch mal 600 Alter was haben die denn hier bitte gebaut so jetzt hab ich noch mal 700 richtige crazy Leute dann geh ich noch auf sonstiges hol mir noch ne Ender Perle also ich bin ausgerüstet na ich geh jetzt ein Team zerstören alright kannst kurz die Mitte halten dann kann ich mir auch Sachen holen nice hatten die ja einfach nochmal geküppeln sie meins klatschen die guten holt euch Magnetschuh holt euch Magnetschuh Leute warum weil da wird der Rückstoß verringert ja mir egal bis zu spät die sind richtig wichtig mir egal bis zu spät very very impotent oh gibt's hier auch War Powder? nee das glaub ich würd ich jedenfalls nicht vermuten ich denke auch nicht aber das wäre grad echt praktisch also Ender Perle gibt es wo bei sonstiges eine Ender Perle geholt ich wurde getötet das ist kacke ja und jetzt nimmst du dir die ganzen wo sind die ganzen Gutscheine hin? wir haben die hab ich grad für alles verbraucht ähm blau ist aber geschwächt blau ist geschwächt blau ist geschwächt dann wird's schnell blau machen ja okay dann ehrlich wie viel hast du getötet? kein nice weißt du ich hätte mich auch mit der Perle dahin geportet aber ja hab ich ja Flo wir machen das jetzt gib mir schnell Blöcke ich liefer eben die Materialien ab weil ich hab grade gute 727 Materialien im Inventar ja die reichen die reichen ich hab auch 512 AG um mal kurz wegbringen ein paar Gutscheine investieren ja leute ich halt die Mitte nicht kleiner ich kann mir theoretisch davon auch jetzt ein Stärketrank holen ja tu das und dann komm rüber okay wir haben nochmal 5 Gutscheine hab ich da 5 beste Gutscheine ja ich glaub der nimmt sich die jetzt raus ne aber der hat sich glaub ich nur 2 genommen der ist ein guter teammate dafür sind sie da um eingesetzt zu werden mein lieber na klar ja aber ich hab schon wieder es ist nervig wenn einer die ganze Zeit stürmt und direkt sich alle Gutscheine catcht sowas was ich äh wo bist du denn Tobi nice Tobi ey Tom wo bist du in der Mitte ach der Tobi war das ja ok dann Stärketrank ja Moment bist du sicher die die sind aber kein Stückchen geschwächt ne ja scheiß drauf ok dann werfen wir die hinter den Pilz ja wartet doch auf mich ich komm doch jetzt auch leider ich auch was ich war direkt tot obwohl ich hinter dem war nein mann mich hat einer bemerkt ich war ich war hinter den und die haben mich getötet wie haben die das gemacht da will ich nochmal bitte ne replay haben da kann irgendwas nämlich nicht stimmen ich hab 500 materialien wie will der mich denn geschlagen haben das verstehe ich absolut nicht ja leute ich brauche euch hier in der Mitte wir dürfen die Mitte ja wir haben aber nichts ok tschüss ich bin down ich bin so gut wie down Hilfe dann weg man weg ich bin weg nein habe ich ein halber um die weg du hast ja auch gar keine rüstung Gott safe ich habe alle materialien vier fette gutscheine auch materialien mann formen ja also ich dachte dass ich mir gerade einfach nur materialien weg weil ich im nahkampf eh keine chance gegen den hat habe ich dem jetzt einfach 187 materialien gesnackt ist da ist da in einer mitte ja denke ich denke ich mal wie viele materialien hast du noch ich habe nichts da ich habe wieder besten bogen ja ich versuche jetzt die mitte zu holen in der kiste richten bogen ne warte doch hat der floh hast du noch gutscheine also die gute machen könntest ja doch ein 50er das soll jetzt nichts oder jetzt sind bogen drin ja dann dann kann ich mir den gutschein zu machen ich habe nichts leute vielleicht wäre es klug mir was abzugeben ja ja wir wollen ja deswegen jetzt die mitte holen ihr tut euch nicht dahin dürfen sollen ja man jetzt so kommen wir haben uns gemerkt ich war zwei zentimeter vorm bett so ungefähr also ich glaube noch zwei blöcke hätte ich abbauen müssen ja ich auch also merken erst töten die sachen sind hier mega schadbar aber dann müssen wir uns mal zu wir müssen die mitte klatschen drei leben der selbst arbeiten wie wenig eigentlich die torbener kistelle ich noch ein schwert ja ein schwert brauche ich nicht kommen die sind ja nicht was sind zu zweit in der mitte die beste chest plate bringt eigentlich die nur protection hat genau wir kommen jetzt werden wir gefickt leute die hat auch noch projekte protection doch doch da sie ist mal wie stark der bogen ist zweieinhalb leben abgezogen mann jetzt der hat magnet schuhe oder so und ich hab 500 kosten ich weiß nicht tobi halte dich mal bitte von dem team hier für okay hat aber nicht getroffen der ist dann doch ist der ist unter uns ich habe bestes wieder habe ich habe ich habe eingetötet ich habe bestes ich bin zum anderen team gewandt das war eine gute idee ich stimmt die ganze und das ganze alten vor allem ja aber auch die punkte wenn die sich heute also ich habe ein material ich habe wieder wirst du kippt ja hau den macht von der seite bitte weg torben ja erstmal muss ich wieder ein bisschen regen wie viel kosten magnet schuhe die muss ich mir auch noch holen ja wo gibt es die bei special glaube ich 120 oder ein weißes bäscher wüssten zum beispiel über sonntest magnet schuhe teleporter der teleporter gibt es wohl shit aber ich habe ja eben auch so geschafft ja ich habe einen blauen der zum gelben team wollte runter gekriegt meister da ist am plus ich versuche jetzt noch von der seite ein bisschen zu karen moment ich hätte mich nicht verraten sondern es war dämlich naja eben nötest eingehen soll ja ich hätte mich mit einer enderperle werfen können dead was a little bit silly aber egal solange nur einer weiß dass ich hier bin da ist chili ist alles richtig ich habe schon meine vor woher habe ich 300 materialien ich habe es noch in der muster weg ja ich will mich aber ehrlich gesagt nicht verraten weil wenn ich einer kommt aber zu dir was oder nicht da nicht wo du bist da geht zum anderen team der witzenden aufhalten ich komme von den leuten ich komme sind das zwei nein geht auch geht doch leute ich habe noch drei järzten habe ihn habe ihn haben ist da los jetzt wir müssen zu team blau hier geht zum lasst mich zu blau gehen lassen mich zu brauen einer noch mit ich komme dass er hier soll ich auch mitkommen ich habe auch ein ja du bist ich den anderen noch zu holen kommt wo ist denn der andere florian hat sich zurückgeportet schnell ich bin da ich bin da nein ich bin da ja wir sind alle hier sind alle hier ich bin da ich habe ich habe ich habe ich mache doch fakt ist noch ab 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 wo ist der andere bei dem einen gelben ich dachte er hat sich zurückgeportet dachte ich der an den gleichen skin ja nämlich gar kein damit habe ich mich eben auch schon mal alles ganz ne das ist ja das war klar aber wir haben jetzt einfach vorbei kommt so selten vor eigentlich dass der teammate bleibt oder habe ich das nur so irgendwie ein dummes gefühlt er hat sich da noch hundertprozentig eingebaut ne nein geh weg geh weg jojo wo ist denn der dahinter so habe ihn oder wer hat ihn ne der jojo hat er sich gesnackt du jana ist 30 minuten weiter was eine folge noch also es ist ein toxin ist für die langen folgen die jeder sich wünscht aber ich freue mich wieder auf komme 30 und ich hänge hier fest so ja leute das war es mal wieder von dem video ist erstmal was trinken ist auf jeden fall eine schöne folge gewesen das so eine positive rettung da wenn es euch gefallen hat und ja dann würde ich sagen könnt ihr natürlich gerne auch noch abonnieren um nicht zu verpassen wir sehen uns dann bei der nächsten folge bettos wieder wenn ich sie da heißt halt den tori davon ab auf diese leiter hoch macht ja ich auch ja welche lobby seid ihr jetzt mal die folge ja leute ich hoffe es hat euch gefallen dass die positive bewertung da wenn es das tat das tat ist das bitte eine positive bewertung ihr könnt natürlich gerne abonnieren um nichts zu verpassen dann sehen wir uns bei der nächsten folge wieder oder in 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 Ciao. Tschüss.